ja mein name ist dann die röpe und begrüße euch zurück zu der space aus battle von zwei wegen dem multiplayer in galaktion hoffen dass die internet verbindung uns jetzt nicht ein strich durch rechnung macht das ist ungefähr zehn minuten nach dem letzten part und nicht hier und da sagt ein paar sachen gemacht die vorschlägt man machen kann und ja irgendwie eine meiner optionen war irgendwie auf ultra eingestellt also grafikqualität was ich nicht mache nicht eingestellt hat kommt wahrscheinlich von dem neuen treiber so und ja ich habe alles auf mittel normalerweise weil ich habe gar nichts mit dahinter verbindung zu tun mal sehen ob es jetzt funktioniert meine ahnung glaubt nicht was soll es das ging schnell okay offizier nicht angriff der park ja da ist auch so eine sekunde drin da will ich gut ausgehen jetzt ist es noch nicht am lenken also habe ich muss immer noch geschützt gefällt und das ist immer noch lenken wenn man auch dingen ziehe fahrzeug kills haben und nicht ja sobald die gegner da waren direkt alles wieder am lecken und geil da kurz dann haben wir die vollkommen ja ich wollte noch nicht mal so viele leute aufnehmen und einfach die paar sachen erledigen und dann feuer abend aber ja in letzter zeit will das spiel nicht so wie ich will eliminiert aber die kommt gleich alle irgendwie hoch ja habe ich das vielleicht bin ich genau richtig programmiert jetzt sind wir nicht so gebracht ich werde vorgestellt hätte ich muss meine sachen jetzt mal zweimal drücken habe ich so krill wir stehen alle da wo stehen wir in alle da er ist trotz diesen lex hier nicht abgeschossen wird leider ist aber nicht zu fassen so leute sind nicht witzig ja geil da ist das ja guckt sich daran macht was dagegen sein muss ich schnell ehrlich nicht durch das furchtbar so ich hier so lange überleben ich leck wie blöde trotzdem überlebe ich hier stimmt er ist auch nicht gut gezielt dann gut geht es hier der ente hat schaden geil genau geschützten so mal jemand hier reinzukommen weiter wache hey oh mein gott ehrlich ich wusste so viel habe ich nicht gesehen hätte so viel kapitel leute und stammen so einfach nicht nichts damit zu tun trägt mich auf ich will nur eine runde spielen ja schon schlimm genug dass hier irgendwie nicht so verkorkst um sie zwar mikrofon kann irgendwie nicht richtig positionieren wenn ich irgendwie mit meinen händen an der tastatur bin muss ich ja sowieso immer schon vor dem merkwürdig rumsitzen dann wenn ich mich hinsetze komme ich noch nicht mal zurück wie weit zu machen man sich vorab sehr salziger fahrt heute nur ich da bin doch ich heute an lenken oder was getroffen hat mit eindeutig getroffen und irgendwie würde ich nicht getroffen das spezialist spiel wenn ich auf lenken bin wenn man auch fahrzeug küsse haben aber jetzt ist mir vollkommen egal jetzt mal ganz ehrlich jetzt schafft oder nicht jetzt vollkommen latte ja und die truppentransporter passieren kontrollpunkt drei etwa zwei drittel der strecke sind zurückgelegt dieses ganze hin und her so dittl 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 jetzt hör doch noch auf bisher war echt so scheiße von ihr die internetseite die ich heute aufgerufen habe eine sekunde bremter ja ist gut ich habe mich ja ab wie man kann ich mal mein schild abschalten ich wollte ich mal zum ende schlacht felsen da sind jetzt vier spieler vielleicht ein anderes spiel muss irgendwie besser ich mal meine verkacken gott verdammt läufst du jetzt mal aus ich will nur keinen einzigen gegner gesehen die ganze zeit hin und her ja ich war seine einfach zu viel spieler drauf und zwar irgendwie dafür dass wir haben lenken ist also ich meine ich werde gleich mal gefecht wo sich immer jemanden sehen und zwar zweimal mein geschütz raus würde wenn ich auch um niemand anders hier abend denken ist sie müssten sich daran auch alle ja wie blöd rum bewegen mit ja bei diesem schlacht jetzt seine richtigen schaden gehe ich ins gefecht immer neues dann war es heute dann sollten den treffen also möglich er ist in der matrix ich komme ich an den ran die bewegen sich alle normal wenn ich mich bewege 100 ich bin doch ich bin schon irgendwie genug irgendwie bestraft dass ich irgendwie voll ich bin doch ich bin schon irgendwie genug irgendwie bestraft dass ich irgendwie voll schlecht in dem spiel wenn da muss ich auch noch lexer zwischen kommen also irgendwie offen also jetzt willst du auf den toten hund auf umtreten also nicht nötig woher da war einer ja danke schließt mich noch ab so dass wir jetzt vollbringen pass auf maniert blöde teil gespielt dann hat wir jetzt nein das wird nicht gut ich kann nix machen ich wollte irgendwo angeschissen aber gar nicht jemanden damit töten würde meinte ja sowas ich bin ja sagen ich nur irgendwo in der ecke warten warte so schnell ich habe nur ein paar punkte camping bei einem team hier habe ich 3.000 punkte bekommen okay und jetzt geht es wieder so ein bisschen ich sage ich auch keine ringen geschossen irgendwie fast aus jetzt geht es halbwegs glaube ich das ist kein klon wer ist das häuslich hier einnehmer krieg punkte wo sich das abgeschossen wird und jetzt geht's wieder der cup nein ja geil ich bin der superkampf sehr doof und gar nicht wie es aussieht von anderen seiten punkte muss nah genug rangehen weil sie orientiert hat doch gerne geholfen ich weiß nicht wie die noten ab waren aber eine war nur im ding sein wort man sagt wer hat hat 3.000 punkte und also gewollt jetzt hier auch kein ich habe erst noch ein ruckeln das fiasko und durch ein höheres level wahrscheinlich kann ich hier machen ne ok wägequit des noobteam nur zahls ich hab halt größere probleme ganz ehrlich wir sind grün schicken ein stoßdruck zu einem unserer kreuzer in der nähe wir fangen ihren mit ruinen beladenen multi truppentransporter ab selbst am besten ionen disruptoren ein aber ich nicht nett haben wir gesehen wie lange hat den geflogen ist gerade was quitt falsch geschrieben luke warum spricht jetzt das ding ich stehe jetzt einfach ihren verlaufen das ding also auch hier also macht man also wieso nichts machen einfach ein ball auf die dinger ja okay kann ich irgendwie an mir liegen nur unverschämt ja okay ist gut ja nicht mal schießen das ist ein salziger fahrt heute sowieso lieber hier schwere jungs spielen schweren jungs 2 klassiker porno nicht dass ich irgendwelche erstklassen von uns kann eigentlich hier stehen bleiben und auf die dinger ball an ich kann ja nichts anderes machen und ball auf die dinger ja ich warte hier ich wollte einfach hier so ich brauche dinger liegt da joda gibt dann auch irgendwann muss hat er hier auftauchen da gibt am besten den typen der wir die blöd am legge ist das ding ich sage mal die dinge nicht auch ich schaue noch nicht mal eben dadurch kann ich sagen was machen außer hier rum sitzen und nichts machen ob er läuft aber so wie er läuft dadurch mit kann jetzt mal abgeknallt passen was jetzt hier direkter treffer am truppen transporter wir haben ihn getroffen mtt beschädigt wir haben ein paar punkte oder damit da kommt gleich welche aber nicht bewegen ja punkte hat sogar punkte fucking cheater damit werde ich jetzt sehr viel punkt wollen so kommen ich meine labs ja irgendwie so ein johannes gewinn war halbwegs dann war ich doch nur sicher ja dann macht den kalt das ding auf wir sind ein paar level ups gold und saubert ich zurückkomme etwas weniger rückligeren sessions los mach ich meine ich war da sofort drauf sobald ich mich wieder bewegen kann das weg wenn du mich selber in die luft jagen oder so vor man denke ich kann nicht wegpacken ich glaube ich bin mehr so der auch von lauer anliegen passt irgendwie besser irgendwann hier vorbeikommen mein meister platz voller kämpfer unterschiede sich feike da bin ich da bin ich die ganze zeit raus und die ganze zeit raus nichts anderes und spenden und sagen uns jetzt versteckt bei mir jetzt die ganze zeit da liegen müsste jemand einsammelt wie ist er drin ja was soll es da haben wir diese schlacht zu händen bringen dann war es heute wenn man immer das ding wieder ausschalten aber jemand hat das nicht jemand hat das ding ja 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 trotzdem schießen ich schieße ja komm ich möchte raus war nicht nach links ja zwei punkte noch mal doch die nächste phase ach man das hat noch gezählt er will jetzt nicht spaß beschützen die kreuzer noch die klappergestelle werden versuchen die kontrollzentren der panzer zu sprengen haltet sie so lange wie möglich davon hat das ist schlecht feindliche anführer im einsatz der gewahrt am besten da nicht mein leben sobald jemand durchkommt dann steht ich tot ja alles stelle wache kommst du dich durch der granate nur eine granate eingepackt gut an miene wo würde ich hier Oh Gott! Pfff! Festlicher Juggernaut zur Sprengung vorbereitet! Jo! What? Bleib zusammen! Woll! Ich sehe, der hat noch nie im Leben so viele Erfahrungsmutter noch. Ich bin ja letztens hochgelevelt. Ich weiß nicht, was das mit den Updates hier zu tun hat. Zum westlichen Turbopanzer! Die Bombe dort ist gleich scharf! Nein! Und das war's. Aber... Wir sind immer noch im Plus. Wir kämpfen, wir sind unbekannter feindlicher Anführer im Einsatzgebiet. Nein, jemand. Wann, das ist ein Sniper? Ehrlich? Wir drüben ruhig mich! Das ist ja Bosk! War sehr gut! So viele... So viele... So viele... Minen... Kommt hier nicht rein! Kommt hier nie im Leben rein! Mache granatisch auf! Ah, sehr gut! Ah, sehr gut! Warm! Ich hoffe mal, locker hier! Hey, Luke! Immer noch ungewiss im Ausgangs! Waaah! Noch 15 Kills! Good! Ich hab' mein Leben gerettet! Für die Ehren, unsere Brüder! Muss ich doch... Offiziere war eine gute Wahl! Aber sehr gut! Ja, ich müsste ja alle hereinstimmen, sonst verliert er! Nehmt das! Ich weiß nicht, wie viel AP hab' ich gerade! Ich hab' das gesehen! Bis jetzt hier reinkommen, Leute! Initialisieren Störung! Neun geworden! Jetzt kommt darf ein Maul! Die Droidenarmee fliegt! Oder was davon übrig ist! Boah! Sieh! Sieh! Komm, mach mal nur eine blöde Schlacht! Kack! Ich hab' hinterher Verwendung! Wollen wir noch eine Schlacht! Zwei mal wahnsinn, uns zu folgen! Geil! Nochmal! Kann ich mal hier draufklicken! Nee! Aber ab nächstem Pakt! Ein galaktischer Angriff! Tue ich mir auch noch an! Gucken wir mal, was wir jetzt hier so auflösen können! Ein Charakter! Warte mal! Da muss ich warten! 22! Ich hab' ich kann die schon hochladen! Nein! Stufe 12! Na, wen besiegen wir eine geringe Menge Gesundheit! Das bringt's nicht so! Weil ich seltene töte! Leute, wenn ich schlecht! Nehmen wir die! Meine Granaten haben eine Höhe! Größen und Wirkungsbereich! Das heißt, die eine Fähigkeit! Ich glaube, es war ja sowieso noch eine ganze Weile! Weil ich glaub' ich auch sowieso irgendwann mal holen! Ich hab' ich glaub' ich eiswerlich haben! Den Jackpack will ich keinen! Maximal Gesundheit! Schneller regeneriert! Und kürzere Lahrzeit für Raketenwerfer! Ich hab' ich auch noch ein bisschen sparen! Okay! Ich hab' ich auch noch ein bisschen sparen! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder! Mit mehr Lecks und mehr salzige Kommentare! Ich bleib' ich da als Zuschauer und sag' tschüss bis zur nächsten Folge!